Herzlich Willkommen im Löwenrudel. Neue Löwen. Neue Spielregeln. Wir werden sehr nett zu dir sein. Es sei denn, du willst uns Beute wegschnappen. Neue Rivalitäten. Ich sag's in einem Satz. Ich glaube, ich hab das beste Netzwerk in Deutschland. Neue heiß begehrte Startups. Wir bringen euch überall rein in zigtausende Regale. Ui. Wow. Das ist jetzt gemein. Nur ein bisschen. Wer wird nichts weniger als die Welt verändern? Du bist eine Maschine, echt. Ja klar. Wir müssen auch den Zuschauern etwas bieten. Es gibt Neues in der Höhle der Löwen. Ab Montag, 20.15 Uhr bei Vox.